Wenn wir Tagungen oder Konferenzen durchführen, ist natürlich selbstverständlich die Infrastruktur ein wichtiger Faktor, aber natürlich auch die Schönheit vom Ort, die Gastfreundschaft und der Service. Wenn wir in der Schweiz eine Tagung oder eine Konferenz durchführen, ist natürlich ein grosser Vorteil die zentrale Lage, eine optimale verkehrstechnische Anbindung, aber für unsere Gäste auch die wunderschöne Natur, unsere Berge und Seen, ein wichtiger Faktor. Wenn ich Freunde oder Geschäftspartner aus dem Ausland bei mir habe, dann zeige ich Ihnen selbstverständlich einen Teil unserer schönen Schweiz. Hier im Thurgau haben wir den wunderschönen Bodensee mit dem Sentis oder den Rheinfall oder wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, einen Ausflug auf das Jungfrau Joch.